Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Mach ich. Aber vorher werde ich... Ich werde rausfinden, mit wem. Ich werde rausfinden, mit wem. Du glaubst, du kannst dich verstecken. Granate! Ich krieg das Ding auf. Batman, das ist Batman! Ich krieg das Ding auf. Ich krieg das Ding auf. Ich krieg das Ding auf. Was willst du jetzt tun, Batman? Ich krieg das Ding auf. Ich krieg das Ding auf. Ich krieg das Ding auf. Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Tag beim Aufstehen überlegen, wie ihr mich am meisten entdeutschen könnt. Harley, wenn du im GCP-D-Gebäude bist, dann knall ein paar von den Typen da ab, ja? Kein Problem, schafft sie. Hat von euch noch einer lebt? Sofort zur Basis zurückkommen! Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht mit meinem Rund. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch. Ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetrie-Signal von seinem Anzug. So wie er nicht will, wirst du hier sterben. Ach, Nora. Darf ich mir durch deinem Leben ein Ende setzen? Du willst Magneten gegen mich einsetzen? Daraus wird nichts. Verschirke dich nur, Batman. Ich finde dich und bring dich... Nein! Damit hilfst du mich nicht nochmal. Denk halt, du kannst du den nicht verstecken. Das ist meine Welt. Und dass wir spüren, das war noch gar nichts. Beim nächsten Mal bist du tot. Ich kann meine Tanken anpassen. Du auch? Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Ich will ein maximize. Ich fühle mich. Dieser Raum wird dein Grab sein. Ich habe ihn gefahnt, Batman! Ich werde ihn immer finden. Dass man im Bau fort ist, wird der Clown büßen. Was? Dieses Gebot? Du kannst mir nicht entkommen, Batman. Ich muss ständig meine Taktik ändern. Ich werde Freeze nur mit Überraschungsangriffen besiegen. Ich sehe Sie. Bereit zu sterben? Was? Wie? Das geschieht kein zweites Mal. Ich lasse nicht zu, dass du das nochmal hast. Das geschieht kein zweites Mal. Verrätst du, wo du steckst? Wo steckst du? Hey, warte. Oh nein. Jetzt geht's wieder auf. Es kommt immer noch hinten. Und das wird uncool. Nein, nein, nein. Ja, geschafft!